Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Im letzten Part habe ich hier ganz gehörige Scheiße gebaut. So wie jetzt. Ach, warum bin ich von da aus abgesprungen? Ich bin ja auch eine Frucht, ey. Ich bin ja auch so ein Fruchts... Ah, jetzt versache ich den Sprung auch noch. Mann. Ihr müsst mich entschuldigen, es ist noch ein bisschen früh und ich... Meine Reflexe, die lassen nach. So. Okay. So weit, so gut. Na, hau rein. So. Jetzt schieb, schieb, schieb. Äh, roll, roll, roll. Kletter, kletter, kletter. So, und diesmal machen wir das nicht blöd. So. Meine Zigarette ziehen. Bevor das Ding abhebt und ich die Balance halten muss. Ich muss mein Headset mal... Ach, Scheiße. Ich muss mein Headset mal ein wenig leiser drehen. So. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Das sollte jetzt klappen. Ja, herrlich. Sehr gut. Endlich sind wir weitergekommen. Ähm. Oh, da ist ein Hebel. Was macht dieser Hebel? Oh. Hahaha. Moment. Ach so. Weiter gehst du nicht? Ja gut. Uppah. So. Und wieder zu das Ding. Äh. Okay. Ah. Ja, dann machen wir das doch so. Wupp. Und das gebracht hat mir das Ding jetzt nichts. Blöd. Hm. Da muss ich jetzt ein wenig überlegen. Weil im Grunde ist da viel zu wenig Wasser drin. Vielleicht. Naja, so nicht. Ja. Stirb erstmal ne Runde. Nö, ich kann nicht schwimmen. Blöd. Ähm. Hm. Hammena, 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 Hammena. Und ich denk mal. Ach. Okay. So. Na bitte, wer sag's denn? Das sollte uns... Oh Gott. Genug. Jawohl. Und da sind wieder diese Wurmdinger. Das ist ja hier ein kontrollierender. Arschkekse. Hm. Kekse. Ah, jetzt krieg ich gleich schon wieder so ein Ding ab. Hm. Muss das sein? Moment eben. Kippe ausmachen. Vielleicht sollte ich mir, bevor ich spiele, immer eine rauchen. Dann bräuchte ich das nämlich währenddessen nicht. Halte ich eigentlich für keine so schlechte Idee. Ah, du Schmock. Ja, komm. Dann verpass mir doch eine. Nein. 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 Och Mann. Okay, ähm. Da muss ich die Kiste ziehen. Oh, fuck. Nein. 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 Scheiße. Wieso war der jetzt plötzlich da? Also, wieso hat der das scheiß Ding runter... ...auf mich drauf gespuckt? Hatte er vorher auch nicht. So. Das hält mich zumindest davon ab, da gleich runter zu springen. Ja, du kannst das Ding meinetwegen schieben, wenn du möchtest. Versuch's ruhig, ja. Versuch's, versuch's. So, ähm. Und wann wechselt der her die Richtung? Oder? Sind die Dinger lichtempfindlich? Ah, bei Licht ändern sie die Richtung. Okay. Gut. Da weiß ich zumindest Bescheid. Okay, auf der Leiter, da kann ich mich frei bewegen. Rauf und runter funktioniert. Was ist das? Ich weiß nicht, ob das so gut ist hier. Oh, 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 oh. Ah, scheiße. Okay. Ah, fuck. Ja, ich glaub, ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß nur nicht, ob ich es jetzt schaffe. Und komm. Nein, nein, nein. Shit. Ja, es war zu spät. Okay, das Ding schwimmt ja eh nicht. Ah, da kommt unsere Pipe. Sehr gut. Nein. Oh, ich bin so ein Schmock, ey. Oh, nein. Ich wusste es doch. Na, immerhin ist das Rohr hier wieder kaputt. Das heißt, ich muss eigentlich nur an der Weiter, äh, an der Weiter, an der Weiter, an der Leiter, an der Leiter weiter warten. So. Bis das Röhrchen kommt. Aber ich müsste zurück. Damit ich wieder in die andere Richtung gelenkt werde. Und hoffen wir, dass wir dieses Scheißding irgendwann noch loswerden. Ich mag das nicht, wenn ich nicht selber bestimmen darf, in welche Richtung ich laufe. Ja, los. Müll. So. Okay, jetzt heißt es abwarten. Tee trinken. Nase popeln. Keine Ahnung, sowas noch Ding jetzt. Ah, da kommt es ja. Sehr gut. So. Okay. Jetzt mach es weg, danke schön. Okay, das Wasser steigt weiter an. Das heißt, ich sollte eigentlich rauf, 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 rauf. Und draußen fängt es an zu regnen. Okay. Da werde ich wahrscheinlich so gar nicht rüberkommen. Gehe ich mal nach links. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Dann versuche ich es doch mit einem schön gezielten Supersprung. Doch, es hat funktioniert. Sehr schön. Jetzt will ich mir gerade ein bisschen sorgen. Ich bin schon so lang gelaufen, ohne irgendeine Todesfalle zu haben. Oh nein. So. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich da drauf. Ah, okay. Ja. Ah, fuck you. Okay. Dann muss ich doch mal gucken, was es hier so unten schönes gibt. Deswegen da irgendwie Abschalten kann. Ah, fuck. Ich muss da irgendwie rüber. Ja, also nicht. Ja, da sind wir tief gefallen. Wir haben gehört. Ich habe mir irgendwas gebrochen. Okay. Aber ich könnte versuchen, weil hier ist eine Stelle. Ich könnte versuchen, ranzuspringen. Also nicht. Okay. Jawohl. Wow. Oh mein Gott, was tue ich da? Hahaha. Alles kaputt hier. So. Und. Komm schon. Komm schon. Streng dich an. So. Ist der Scheißstrom auch aus? Und jetzt können wir da eigentlich gemütlich rüber. Hm. Und hüpf. Sehr schön. Und hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Nein. Oh, fuck. Oh mein Gott. Scheiße nochmal. Puh. Oh, wo geht's hier lang? Oh, oh. Oh. Glas. Ja. Ich hasse das. Okay. Ja, gucken. Ah. Ich glaube, ich habe eine Idee. Fünf Minuten haben wir noch ungefähr. Also knapp vier. Okay. Gebracht hat das jetzt nichts. Außer ich muss natürlich. Okay. Ich versuche einfach von der Höhe da durch das Glas zu springen. Frage ist jetzt nur, ob das irgendwas bringen wird. Ja, fuck ja, so nicht. Ja, da kommt man mit. Dann machen wir da nochmal ein bisschen mehr Anschwung. Und los. So, ich bin durch und sterbe. Blöd. Auf jeden Fall muss ich da durch. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Kann ich ja nicht einfach das Ding so durchbrechen? Ich versuche das jetzt noch in den letzten paar Minuten gescheit hinzukriegen. Ach. Jetzt hat das diesmal nicht gereicht, oder was? Ach, Mann. Junge. Nimm das Ding. Und roll es. Nein. Nein. Ach, Mann. Ja, ja. Der Sparrick stellt sich mal wieder doof an heute. Aber so, das ist auch immer von der höchsten Höhe. Hat funktioniert. Hier drauf. Hier drauf. Und wir hängen uns an den Feuerwehrschlauch ran. Aber weil ich Angst habe, will ich... Okay, höher kann ich nicht. Gut. So. Was mache ich denn jetzt in den letzten zwei Minuten? Oh. Das ist toll. Ich gehe nicht weg. Ich stehe lieber da und gucke, was passiert. Wupp. Wieso? Okay. Ein Pfeil. Ich habe mir gerade nichts. Kann ich den nehmen? Nee. So, unsere Zeit läuft eh gerade davon. Aber ich nutze die Zeit mal eben kurz aus, um... Mal zu schauen, was uns an dieser Stelle hier erwarten wird. Was haben wir hier rechts? Ah, super. Noch so ein Arschlochwurm. Los, gib mir. Danke. Oh. Subi. Also, ich werde jetzt permanent nach links laufen. Jetzt ab da werde ich nach rechts laufen. Okay. So. Ja, hau rein. Ich will wissen, was da rechts ist. Komm schon, eine halbe Minute knapp haben wir noch. Na ja, gut. So. Ähm, ich hoffe, ihr hättet genauso viel Spaß mit, äh, äh, Limbo, genauso wie ich. Und, ähm, zum Abschluss werde ich da jetzt gucken, dass ich mich töten kann. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part dabei. Wenn es heißt, let's play Limbo. Also, bis dahin. Ah, ja. Das Barracks, euer, der gerade läuft. Meine Fresse, was ist denn hier los? Ja, ewig viel Kacke gerade. Hm, ich glaube, da habe ich im nächsten Part aber ordentlich was zu tun. Also gut. Ja, äh, bis dahin. Alles, Barracks. Toodaloo.